Frankenschau aktuell, ein herzliches Grüß Gott zusammen. Am Adventskranz brennt die erste Kerze und bei uns hier im Studio steht schon wieder ein Baum. Der wartet auf selbst gebastelten Schmuck von Ihnen. Dazu später mehr. Ein weiteres Thema heute, eine einzigartige Aktion am Altmüllsee. Der wird nämlich vom Schlamm befreit. Und dann haben wir noch ein paar ganz coole Franken. Einer davon ist gerade zu Deutschlands bestem Lehrer gekürt worden. Gut, mit ein paar anderen zusammen, aber das schmälert seinen Erfolg nicht. Und was macht ihn jetzt dazu? Das Versehen gelernt. Großartig, oder? Wenn die Oberfranken einen Dialektwettbewerb veranstalten, was kommt da wohl raus? Herrgotts, Muggala oder Brunskader? Nein, auf der Suche nach dem Wort des Jahres ist man in Oberfranken in der Welt der neuen Medien gelandet. Na dann, genau zuhören, was der Oberfranke 2016 so zu sagen hat. Und jetzt aktuelles Ausfranken, in aller Kürze Franken-Kompakt. In Seigendorf bei Hirscherl im Landkreis Bamberg ist eine Scheune komplett niedergebrannt. Der geschätzte Ausbaggern ist die eine Methode, die sogar relativ teuer ist. Aber es gibt noch eine andere und die kommt aus Hof. Dort hat eine Firma ein Granulat entwickelt, mit dem Schlamm abgebaut werden kann. Tja, eigentlich eine tolle Methode. Aber jetzt gehen wir mal wieder raus aus dem Schlamm. Trocken, warm und echt heimelig wird es am Freitag in einer Woche wieder. Der 11. Dezember ist Sternstundentag, der seinen krönenden Abschluss in der Nürnberger Frankenhalle findet. Eine riesige Veranstaltung, bei der Sie mit Ihren Prominenten auf Tuchfühlung gehen können. Wenn Sie Eintrittskarten zur Sternstundengala ergattern konnten. Wenn Sie noch keine haben, dann haben Sie jetzt die einmalige Chance, Karten zu gewinnen. Einfach Hörer zur Hand nehmen und bei uns anrufen. 0, 9, 11, 65, 85, 5, 4, 5. Zweimal zwei Karten für diejenigen, die am schnellsten sind. Viel Glück. Bereits heute waren ja die Kollegen von Bayern 1 aktiv in Sachen Sternstunden. Der November geht zu Ende. Inzwischen ja auch mit dem entsprechenden Novemberwetter, das die Stimmung nicht gerade hebt. Aber der November ist ja auch der Monat, in dem wir oft zum Nachdenken kommen über das Leben und auch den Tod. Wie gedenken Sie zum Beispiel Ihrer verstorbenen Verwandten? Wir haben da eine interessante Künstlerin entdeckt, die Erinnerungsstücke für Hinterbliebene fertigt. Eine Bildhauerin aus Klein-Ostheim fertigt Engel. Engel aus Grabkreuzen. Eine tröstliche Kunst. Ausgefallen und durchaus hübsch anzuschauen. Und wie schließen wir jetzt dieses November-Kapitel am besten ab? Indem wir nochmal zurückschauen und sehen, dass der November ja eigentlich gar nicht so grau und trüb war, wie wir ihn jetzt vielleicht empfinden. Oder, Rika? Ja, liebe Rika, der schaut allerdings noch ein wenig, naja, sagen wir mal ein wenig nackert aus, gell? Sprich, es hängt noch nicht allzu viel dran, aber das soll sich ja jetzt ändern. Sie dürfen wieder beim Schmücken helfen und basteln, so wie das bereits die Kinder des evangelischen Kindergartens St. Markte Johannes in Offenheim gemacht haben. Das sind ihre Sterne hier, die sie schon mal vorab geschickt haben. Und Theresa Kiesel aus Münnerstadt, die hat uns diese süße Überraschung geschickt. Schauen Sie mal wunderbar. Süße, kleine, putzige Engelchen. Die kommen natürlich auch an den Baum. Und aus Markterbach, da kommen sogar ganz praktische Geschenke wie diese Mützen von Edelgard Nützel. Wir sagen an dieser Stelle vielen herzlichen Dank an unsere edlen Spender, die übrigens auch auf unserer Internetseite nochmal aufgelistet sind. Dort können Sie den Baumschmuck dann auch gleich genauer und im Einzelnen anschauen. Auch in diesem Jahr soll der Baum ja an eine Familie gehen, die gerade eine schwere Zeit durchmacht. Aber weil in den vergangenen Jahren ja so viel Schmuck zusammengekommen ist, wollen wir es diesmal ein bisschen anders handhaben. Und alles, was übrig geblieben ist und vielleicht nicht mehr an diesen Baum hier passt, in einer Sonderaktion kurz vor Weihnachten zum Sternstundenstand am Christkindesmarkt bringen. Und dort können Ihre Kunstwerke dann nochmal ein gutes Werk tun, indem sie gegen eine kleine Spende an die Besucher dort abgegeben werden. Und somit natürlich auch noch Kindern in Not helfen. In diesem Sinne jetzt fröhliches Basteln. Wir sehen uns morgen, wenn Sie mögen, 17.30 Uhr, Frank Scharptell. Adi. Oh, okay. Oh, ahh... Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Vielen Dank.